Muss nicht sein. Leuchtende Kontrolllampen sind suspekt. There, Ina. komische wagen auch was leuchten und piepende autos sind sowas von suspekt und komische wagen auch deswegen gehe ich seit drei abenden jetzt schon spazieren für mehr bewegung als sonst gestern waren sieben kilometern ja nein ist sehr geil so so Bis zum nächsten Mal. Ein fittes Burpsy. Ein sehr, sehr fittes Burpsy. Finde ich sehr gut. Mein Teil muss ganz ehrlich sein, ich traue mich gar nicht mehr, mich auf die Waage zu stellen. In letzter Zeit ist die sehr, sehr doof zu mir. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier Anfang des Monats sogar im Master schranken. Oh je. Man sagt auch, ach, warum sollen wir runtergehen? Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020